jollo mein name ist der blindator und ich begrüße euch recht herzlich zurück zu einer neuen folge heute rede ich nur erzähl euch nur wieso ich die ganze zeit nichts hochgeladen habe und dann kommt ich vermute jetzt mal wenn ich das video heute noch hochladen also heute am dienstag den 8 5 dann kommt morgen am 9 5 mit erst glück schon ein video hätte es bis dahin fertig geschnitten bis dahin zufrieden bin wieso kam keine videos und das ganze 54 tage lang ich wollte doch eigentlich mindestens so monatlichen video hochladen war eigentlich auch mein plan aber ja den plan habe ich nicht umgesetzt deshalb sind seit dem 15.00 keine videos mehr gekommen ziemlich simpler grund war einerseits dass meine internetleitung naja bombastisch war die ich weiß gar nicht 16 also ich wollte auf jeden fall in der woche noch was hochladen und das ist aber fürchterlich schief gegangen weil ich habe fünf prozent was wir fünf prozent meines videos oder fünf oder zehn prozent meines videos tatsächlich in fünf oder sechs stunden ich wollte immer nacht hochladen und fünf oder sechs stunden hochladen sind da fünf prozent zustande gekommen das dauerte mir etwas lang dann hat mich das sehr 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 doll aufgeregt und ja da hatte ich irgendwie keine motivation mehr was videos machen oder was zu schneiden das ist auch immer kacke wenn ich euch sowas präsentiere so ein werk wo ich nicht voll hinter stehe oder irgendwie so ich sage jetzt mal motivations komplett motivationsloses video es kommt immer kacke das weiß ich selbst und deshalb habe ich das einerseits nicht gemacht und andererseits ja weil ich nebenbei okay noch instagram account ein bisschen langweil aufgebaut habe und da ein bisschen was mache ja und ich habe jetzt auch aufgehört mit minecraft so ungefähr also aufgehört ist gut gesagt ja ich zeige es jetzt nicht mehr so regelmäßig ich zeige es jetzt eher selten ich schon noch den daily bonus auf gomma bin da jetzt setzt es bei ich glaube heute ist der mal 90 tag den ich da was hole ja und was wollte ich noch sagen wollte ich noch etwas sagen ach so was spiele ich stattdessen stattdessen spiele ich jetzt csgo und deshalb werden jetzt die tage die csgo gameplays hoffentlich folgen sofern es als beim upload klappt und dann wird die tage die tage kurz überlegen wenn ich das wenn ich das nochmal schneide oder nicht oder weiter aufnehme sss creed kommen und ja juch in vier haben habe ich auch nicht zurückgeladen ich habe na ungefähr könnte man sagen csgo durchgesucht hat ein paar leute getroffen und so war das war's eigentlich schon wieder und damit würde ich sagen ich verabschiede mich und sage cheerio guckst 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020